End of the Line, Beschäftet, AG Geheim Durchsucht den Zug. Wahrscheinlich bewahren Sie den Kammerschlüssel im am stärksten gepanzerten Waggon auf. Willkommen in meinem bescheidenen Laden! Ne, das ist nicht so cool. Was kann das hier? Äh... Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Empfiehlst deinen Freunden, Markus Munition! Wo müssen wir denn hin? Ah, schon noch ein Stück. Ich glaube, hier gibt es gleich einen richtig harten Kampf. Vor allem das... Wieso macht denn das hier die ganze Zeit so bumm bumm? Das ist schon ein Trommler. Ne, das ist ein schlimmes Ding. Wie heißt der Typ? Der, der, der bei ihm hier mal hinten dran kommen ist. Ich weiß, wer in diesem Cyber... Achso... Oh nein, der ist in der Hand. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Der Wilhelm, oder? Ja, der Wilhelm. Da liegt... Machen... Da stirbt der. War ich grad tot? Ja... Das hab ich grad gar nicht gesehen. Ich hab ja halt so'n kleines, süßes Ding, oder so. Voll die paar Arschel... Ehm, was das so mit dunkler Stimme und so... Gehandhabt... Ja, dahinter kann man was kaputt machen... Ha! Ich will da rein... Irgendwas? Naja, ich verleisch nix mehr. Und die Kohlen. Ich hab meine 3000 Verlust fast wieder drin. Kann jemand säure? Ja, das nicht. Schmeiß raus. Hoffentlich ist da wieder so'n Roboter dabei, der uns mit seinem schlechten Radioprogramm töten will. Gunloader, Mann. Flieg noch was. Der Reparatur-Port. Ah, die Reparatur-Port ist weg. Die reparieren. Ja. Du könntest fliegen aber an der Acht. Scheiß Feuer, Mann. Scheiß Feuer, Mann. Puh. Keine Luft noch. Ah, da ist die Drexler. Geht weg. Haschum, halt mal kurz still. Krieg's hier ne Portion Feuer. Hier gibt's ein Medi-Pack. Oh, was ist das? Ah ja. Ja, das Medi-Pack kann hier. Ich auch noch ein bisschen. Dankeschön. Der hinten liegt eins. Fabi nimmt das Zeug. Der hinten liegt eins. 1, 2 oder 1. Ey, die Säure-Friend ist gar nicht mal so schlecht. Die ist echt super gegen dich. Der liegt noch eins. Ah, da kommt er! So einfach ist das. Ich glaube jetzt geht's gleich riesiger. So einfach ist der Fussball. Ja, so einfach ist der Fussball. Ist das nicht bei FIFA? Ne, das war des gar nur Ludwig. Ich weiß nicht. Hey, der Ludwig! Hey, wer Trainer Ludwig kennt, like him! Kommt stimmte Ding. Soll er unser Video liken, wenn er Trainer Ludwig kennt? Hä? Das gibt ja gar keinen Sinn. Das gibt keinen Sinn und es gibt Like. Keine Sorge. Würde Jack den Kammerschlüssel wirklich schützen wollen, wäre er nicht in einem Zug. Er würde ihn von Wilhelm bewachen lassen. Oh, wie schlecht. Natürlich. Und jetzt kommt Wilhelm. 100% Der kommt in mega Wilhelm-Battle jetzt hier. Und dann sagt Ziel. Ohhhh. Ups. Da ist ne Waggon. Ich renne hin. Okay, bloß weg. Oh, verdammt. Ich geh lieber wieder zurück. Oh je. Naja, das war so klar. Oh je. Das war's. Das war's. Oh, wie viel Herr ist der her? Jo. Das ist nicht gut. Wilhelm hat uns in ihr wösen Bein. Alle gekillt, ohne selbst den Katze abzukriegen. Der ist zu heftig jetzt. Roland fehlt sich Kammerjäger. Du kannst Wilhelm besiegen. Ich verspreche es dir. Mach die Shield-Bots am Arsch. Ja. Ich versuch, ich konzentrier mich auf die Heilung von euch, okay? Okay. Ich baller gar nicht auf den Bildern. Ich versuch, ich muss nachladen. So, jetzt. In der Kampf. Boah. Oh, wie bist du? Oh. Oh. Was? Oh. 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 Mach das fliegende Ding kaputt. Alter. Hey, weg. Maaan. Da liegt er schon wieder. Mann, ich hilf der gegen den PBR Fuck ey Jawohl Ich bin jetzt mal ein Hardcalling Na gut Jetzt war's Ich bin jetzt mal ein Hardcalling Ich bin jetzt mal ein Hardcalling Muchas gracias So, was ist ein Energiekern? Wo soll das sein dahinter? Wir nehmen ja erstmal das ganze Zeug hier auf oder? Da stimmt irgendwas getropft noch was Klassenmod Fürn Macromancer Das bringt schon wieder nichts Ich kann das gar nicht erkennen man Bei mir ist alles voll kaputt Da hinten liegt noch Zeug Heilzeug Da hinten ist noch mehr Gold Oh, die ist gar nicht schlecht Ich brauch kein Feuergranaten Mod Ich hab'n Feuergranaten Mod Oder wo? Hier oder wo? Ja, das Blaue da Naja, die ist aber nicht so geil glaub ich, oder? Der macht relativ viel Brandschaden Ja, warte, ich muss grad vergleichen Meiner macht 95 Brandschaden Das macht 127 Dafür macht Das was ich hab' Mal 4 Äh, 4 und... Naja, meins ist besser Nehmen sie aber mit zum Verkaufen Gibt's da hinten noch was? Oder wie? Nö Okay, dann nehm ich den mal mit hier Okay, dann nehm ich den mal mit hier Wow, so ein Energiekern hab' ich noch nie gesehen Der, den du von Reese hast, ist fast ausgebrannt Warum bringst du ihn nicht her? Jo, Hammerfrau Das haben wir vielleicht nicht gefunden Aber wenigstens wird Sanctuary dank dir noch etwas länger sicher sein Gerne geschehen Yay! Das haben wir doch gut gemacht Langsames Klatschen Langsames Klatschen Ihr habt euch jetzt... Langsames Klatschen Langsames Klatschen Ich habe euch gewarnt Jetzt wird mit harten Bandagen gekämpft Zieht euch warm an, Kammerjäger Denn jetzt kommt's richtig dick für euch Echt? Sorry wegen der Falsch-Info Ich dachte wirklich, der Kammerschlüssel wäre in dem Zug Nächstes Mal mach ich das wieder gut Ich bin in Sanctuary Die Biers gehen auf mich Was meinst du, Bloodwing? Genau! Ich bin dabei Ja, klar Gut, wir haben hier aber noch ne Nebengewäscht, ne? Aber ich dachte, Fabi zahlt Ähm, ja, schon Nebengewäscht, Jungs Also erst die Nebengewäscht hier noch fertig machen, oder? Oder sollen wir zurück und dann... Hä? Ab nach Sanctuary Auch in dem Gebiet Moment, warte mal Ja, dann machen wir zuerst noch die Kürze Dann müssen wir nämlich hier nochmal zurückkommen Aber da können wir gar nicht hoch Also müssen wir trotzdem hier schnell reisen Genau Und zwar... Nachttuch gerade da, wo wir herkommen Aber All Rampage ist im Menü Ah Wie immer Mal...mal wieder Ich immer jemand im Menü, wenn ich schnell reisen will Hab ich mir schon so aufgefallen Ihr Menügeilen Dabei wurde mir nachgesagt, dass ich in der Aufnahme ständig im Menü sitze Ja Ja Ja, wir dürfen das Achso, ich nicht Okay So, jetzt... Äh, wir müssen da vorne an links Komm, die nehmen... Wir müssen mal... Zerriginert... Von... Schließmicht Hier gibt's n... 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 N Klassenmod für die Sirene Kann die heilen? Jo... 1,8 What? Wobei... Ich hoffe, du bist geimpft Wie viel hab ich? Ich glaub, ich hab schon 1,8 Ja, die hab ich schon Okay Verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin Puh... So langsam wär ich wach Irgendwie komisch Am Anfang der Aufnahmesession war ich voll müde Es ist sogar noch besser, wenn ich besoffen bin He, he, he Von da ganz dahinten trifft der, ey, der Mega-Sniper So einen bräuchten wir in Battlefield Aber hallo Aber hallo Schau mal, wenn ich jetzt mal sehe, was der eigentlich spielen kann Dann, ähm Erkenne ich erst jetzt, welch schlechte Arbeit der Fabian in Borderlands 1 geleistet hat Eigentlich war ich Ultimative Gut, aber, 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 da Aber, die ist, die, die Die, ähm Gleichheit zeigt sich ja Er ist mit dem Alkoholverfallen Und Fabian wäre der besten Alkoholiker unter uns Oh! Hier lieb Keiner Schnapsflascher halt Ja, genau Ja, stopp mal Ey, wir schießen auf das Scheiß wie immer Ist wieder so ein Bad-Escopter Wenn wir diese Helikopter-Piloten Kenne ich auch so Kenne ich auch so Ja, man, ein Bad-Escopter Oh nein, weil die Sache... Wie ist das Ding, oder was? Was abblitzen? Wie würde ich sie abblitzen lassen? Ich kapiere da nicht sonst Woah Woah Alter Das ist doch... Und jetzt wird der Ritualat. Wir haben so vieles zu besprechen. Steck, der sehen euch hier. Und so einigermaßen. Oh nein. Geht einigermaßen. Okay. Alright, alright, alright. Also ich versuche euch schon als Tier so ein bisschen zu heilen, aber wenn der so zigta glaubt wie der Fabian, traurte sie auch nicht Wunder, der sehen ist geil. Das passt schon. Ich versuche es mir schon zu treffen, aber wenn das so scheiße rumliegt... Ich habe das schon betrunken. Ich habe das noch gehört, ich hab da noch einen Prach. Ich mach Spur. Mach Spur. Ich mach Spur. Okay, Mach du, um die Bricksche immer vollabhängig. Das ist ja der Wahnsinn. Jetzt sieht halt das meister Akkwe. Ich bin ein Verballer ich an dir. Du schießt ja auch nur auf mich. Du bist halt der Größte. Äh, der Kleinstin. Immer auf die Kleinen, ne? Immer auf die Stärksten. Ne, die Schwächsten zuerst. Du musst aber auf Fabi gehen. Ne. Tut er ja grad. Ja. Still alive. Ich geh euch die ganze Zeit. Geh doch einfach down, ey. Ja, ich hab ihn getroffen. Ey, geil, meine Muni... Ich versprende keine Munition, halt auch los. So, jetzt aber, Jungs. Hallo, ist das mit Bionett? Ich hasse euch. Oh, die... Bionett. Kann die was? Herr unten dran. So ein Mether. Möbel. So, ja. Das erhöht Nahkampfschaden. So, jetzt haben wir mal das Sir Reginald. Der bestimmt genauso so ein komisches Viecher, ne? Ist der Reginald? Das ist so ein kleines Viech. Guck mal. Wie süß. Seht ihr das? Da drin? Ja. In dem Gesicht. Das ist so ein Baby-Ding. Einen. Sehen. Sehen. Sehen.